Hallo Leute, ich bin Omnitron und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege, beziehungsweise zu mehreren neuen Folgen Rainbow Six Siege, die etwas jetzt anders ablaufen als zum Beispiel die Rainbow Best Moments Folgen, weil wir jetzt nicht das normale Spiel spielen, soll man TTS, halt die Technical Test Server, wo man ja auch schon die neuen Operatoren der Chimera Mission spielen kann, hier Lion und Finca, kann man die spielen, sie kann man spielen und außerdem auch dieses spezielle Coop Event Outbreak, halt so das Rainbow Pendant zum COD Zombie Modus, nur sind es jetzt keine Zombies, sondern infizierte, also mit einem Edelmutationsvirus infizierte Menschen oder so, ich bin kein Wissenschaftler, jedenfalls sind auch in diesem Modus auch nicht alle Operatoren stehen zur Verfügung, soll man nur eine Handvoll, wie zum Beispiel Glass, Ash, Smoke, Dog und halt auch die beiden neuen Operatoren, halt Lion und Finca, Lion, Lion und den spielen wir auch nur zu dritt, also im Coop und neben meiner Wenigkeit werden auch Michi und Mario mit mir spielen und wir werden dann versuchen, diese drei verfügbare Missionen, die jeweils in zwei Teile gegliedert sind und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja jetzt in den nächsten Folgen begleiten und mitfiebern, wie wir uns dann halt durch die immens großen Horden von Infizierten durchschlagen werden. Viel Spaß. Ganz kurz, das steht für ihr Bescheid in die auch, was ihr aufhört. Äh, 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 das steht bei Display? Äh, das steht bei Audio. Ah. Audio Sprache selber kannst du nicht umstellen, aber Menü und Unterdettelsprache auf Deutsch stellen. Ich habe vergessen, dass ich das vorgelesen bekomme. was da steht. Ja. Ja. Oh, spielen, das heißt spielen, Dinger. Das wusste ich jetzt nicht. Ah, man muss dafür extra unten rechts klicken, ne? Man kann ja sonst noch bei Spielen klicken. Also, sollen wir da jetzt draufklicken? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich beende, ne? Okay, warte, wir drücken in 3, 2, 1, go! We're still cool, ain't we? Ja, ja. Wow. America? Fuck yeah. Okay, sieht nicht so gesund aus. And if they're asymptomatic? No, absolutely not. You start housing patients who look healthy at the Civic Center. You're going to break quarantine. Help me. Boyd? Oh, my God. No, don't touch him. Ah. Ah. Siegen sagen später. No, it's worse. Bartlett doesn't come close, Six. Can't even say it's terrorism or something else. Das ist vom Traitor. Das TTS auf dem Bildschirm hat kaum gestört. Wir können doch jetzt mal die Videos reinziehen, oder? Ja, wir können. Okay, äh... Eröffnung. Eröffnung hatten wir schon. Eröffnung hatten wir schon. Dann gehen wir jetzt Sierra Paradigis. Okay, dann gucken wir uns das an in 3, 2, 1, go! Seriously? Briefing is in a minute and you're pulling apart the explosives package? Hold your horses, Liza. I'm just making sure they got it right. Nurseries are the part of the parasite's ability to adapt to our containment efforts. That up there is a nasty piece of work. Your turn. Right. The ongoing operations in the area, we can't launch any fire missions or predator strikes. So, we're gonna barbecue the nursery with these prototype nanothermite charges before it goes online. Can I say barbecue? Six won't care none, Woshi. The target is a hot springs resort. Ihr startet dann. Normal, ne? Ja. Ouch, break. Normal. Warum war... warte mal. Spielerrufe? Okay. Wow, wir haben uns gefunden. Krass. Sierra Paradigis, Teil 1. Es scheint der Mond. Okay. Ah, so. Ah, da wollen wir sie ja. Ähm. Nein. Ich den Finker. Es ist kein Ich, ja. Trotzdem bei mir gerade nochmal drauf. Doch, Schalldämpfer hat das drin. Man kann ernsthaft mit dem Rekruten spielen? Ah, verdammt. Für die Neuen muss man natürlich die... Nee, ich kann die Neuen nehmen, weil da hat kein Schalldämpfer drauf. Fuck. So, Nitro oder Blend... Hm? Was macht wohl eher Sinn? Bei den Zungen oder Aliens, besser gesagt. Hm. Ey, es ist blöd. Warum kann man die Neuen haben? Muss man denen noch die ganzen Scheiße da... Äh, den... Na, ist dämlich. So. Äh, haben wir eigentlich ewig Zeit? 15 Sekunden. 14. 1. Okay, Teil ist mal an alles. 10 Sekunden. Ja, ja, der Schalldämpfer fang ich auch noch hier drauf. 5. 4. 3. 2. 1. Boah, gar noch Talisman erinnert. Pfff. Jetzt geht's los. Ich hab jetzt Smoke genommen. Ja, ich bin der Team Leader. Ja. Bei mir ist es der Dog, also ich. Oh. Ich bin's fürs Ash. Nein, nein, also ich hab's auf Aufnahmen, es ist Smoke. Nee, nee. Ich hab jetzt extra mal nicht die Shotgun genommen. Oha. Alter, ich hätte... Scheiße. Schwachstelle. Hallo. Nein. Aber wir haben alle ein Licht, ne? Ja. Scheiße, kann man das ausstellen? Das kann man mit Taste 6 ausstellen. Das... Das müssen wir auch gleich, je nachdem, weil die Zombies oder Aliens drauf reagieren. Und damit nochmal herzlich... Leute. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Mission Outbreak. Äh... Sag mal, läuft's bei euch insgesamt flüssig? Ja. Wenn ich Q und E drücke, stottert bei mir das Bild ein wenig. Na, hab ich Q nicht. Gefühlt. Okay. Leute. Team. Zugriff. Ich hab gar was gefunden. Ich hab gar was gefunden. Äh, ich seh da ein. Ich seh da ein. Guck mal da. Am besten nähern und dann musst du... Nee, erst mal gucken, erst mal gucken. Erst wenn er uns angreift. Oder? Nee, wir haben scheiße. Wir dürfen uns da nicht, äh... Oh Gott. Rechts ist das. Guck, 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 da... Das, das sind so leuchte Dinge. Der sieht wie ein Pokémon aus. Alter! Oh oh. geräusche gemacht schon ja da ist ein explodiert ein als normal gestorben aber wir müssen ins haus glauben oh gott das borne leute wir sollten ins haus werden immer mehr wenn wir jetzt weiter in gott du waren okay das ist laus aber die gesundheit ist sicherlich oder ach ganaten gibt es ja auch noch von der gesundheit die machen lehrung der grenzen freut sich hier kann man geräte bei den grünen sachen und man seine special geräte und wir haben ja alles was ist eine schwachstelle was auch immer das streiter immer schön halbwegs zusammen ich glaube ich kann barrikaden errichten könnt ihr barrikaden errichten also hier ja okay kann man wände verstärken mehr gab keine hier da bekam wo str�� 3 wir müssenhorn ges reflections um arm wird Habt ihr eigentlich Laser auf euren Waffen? Ja. Oh, Sprenger. Aber es scheinen noch normale Leute zu geben. Oh, fuck! Oh ne, der ist böse. Oh, die hat zu weit weg! Schreit da! Ob es da noch richtige Menschen gibt? Oder sind das die Streiter? Ich weiß nicht, was das ist. Gibt es eigentlich Munition? Weil, im Namen sage ich mir die Munition aus. Also ich habe was mit 400. Das sind Menschen, äh, die Menschen sind die Streiter. Das habe ich gerade gesehen. Ja. Ich hatte mal was mit... Äh, Leute, Leute! Warte! Man kann die zurückschlagen. Aber nicht töten damit. Fuck! Also man kann jetzt... Also das sind ganz normale Menschen und die verwandeln sich dann, wenn ihr zu nah dran kommt. Okay, aber was ist denn jetzt hier eine Schwachstelle? Hm. Ist das eine gute Frage? Hallo, bist du eine Schwachstelle? Hier waren wir noch nicht, oder? Warte, warte, wir müssen zusammenbleiben! Wir müssen zusammenbleiben! Team! 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 Ich kann nicht! Okay, wir haben verloren. Ich habe ja was, ich habe ja was zu erledigen. Ist das eine Schwachstelle? Nein, das sieht nicht aus. Nein. Hm. Vielleicht müssen wir mal die Kontaktgranaten drauf. Ich habe aber keine. Ich habe drei Stück. Oder ist das jetzt die... Ich weiß nicht, ob das die... Warte mal, ich habe gerade irgendwas... Ich werfe jetzt einen. Irgendwas für Fragezeichen. Hä? Die haben uns auch links das Fragezeichen? Ja, ja habe ich. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Kannst du hier irgendwas machen? Nein, er wird angegriffen von links. Das ist Teamstarten aus. Ich hätte Mario kaputt. Au, Zeit, ich habe hier verloren. Keine Ahnung, wir sollen eine lokalisieren an der Schwachstelle. Gefühlt hätte ich gerade gesagt, das ist sie. Alter, was? Was ist, wenn jetzt... Ja, bei mir auch. Ah, ich habe den... Ah! Der hat den Sprengstoff. Ich habe Kontaktvanaten. Ah, platzieren. Ich habe den Sprengstoff dabei gehabt. Okay, aufpassen. Oh, hier ist auch Munition. Ja. Wir sollen den Sprengstoff beschützen. Ähm, ja gut. Ähm. Äh. Zugriff! Du stehst mit und. Vielleicht kommst du noch kurz zu meiner Seite. Oh, okay. Teamstarten ist zum Glück aus. Oha. Die Bar hat geschlossen, Leute. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen... Wir müssen den... 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 Den Sprengstoff. Der darf nicht kaputt gehen. Oh Gott. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Die Wand geht auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die heißen ja in der Umwelt. Schön. Oh Gott. Hinter mir. In der Küche. Sagt. Das sieht aus. Im zum percenter schlafen. Ja. Du will den... Du kriegst ihren nicht. da ist das ein grüner kasten da sind die irgendwo hier ja, aber ich hörte mich hippen oh fuck oh god vielleicht mal leblock ja, ich muss auch nicht holen ja, ich kann nicht ok, warte, ich nehm mir so ein Pack ja, nehm mir so ein Pack oh, das fällt einfach hoch man kann ja auch in Dark-Camp fehlen oh god, wir müssen ich werde das auch auch ok, ok, warte, wo kriegen wir das ach so, oh god ich hab noch, ich hab nicht so verzieren können, aber das geht nicht die ganze Zeit hä? ich drücke, halt die verzieren, das bricht die ganze Zeit ab gehen wir weiter weg hä? hä? wieso ging das bei dir? keine Ahnung, ach so, der ist kaputt gegangen du bist und so, ne? ja, aber nicht an die nächste Zeit ja, ja ok, jetzt gehts gleich hoch müssen wir da weg gehen? ey, wir sollten auch gleich mit dem Barrikaden arbeiten, ne? ja, sollten wir auf die Rundstelle schießen auf die Rundstelle, auf die Rundstelle schießen oh god auf die Rundstelle schießen oh god äh, der greift mich an, leute uah aua Mario, ich brauche Hilfe er muss nachhaften ok, 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 komm her, komm her, big boy wir müssen krissen es gibt versteckte Wände sehe ich übrigens es ist mir grad scheißegal, der Typ ist grad vor mir ja, das ist klar auf den Rücken schießen, auf den Rücken schießen, auf den Rücken schießen auf den Rücken schießen oah ich hab nur vierte dabei du hast noch deine Spritze Na, 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 na woh wow nett flieger shit ich glaube der ist jetzt auf mich fixiert ich glaube der ist jetzt auf mich fixiert schön auf den Rücken schießen schön auf den Rücken schießen ah ja, er ist, es ist fast down ich glaube ich komm, tötet den Motherfucker Oh Gott, ist der? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah! Aua! Alter! Ist er tot!? Ist er tot!? Oh Gott, ist die Munition ausgegangen? Er ist tot! Ja! Die Typen kommen aber noch die Mutzer. Wenn der wäre aggressiver die Typen. Ja! Fuck, wo gibt es Muni? Ich schockiere nichts mehr. Doch da, da hinten! Hier sind Wände, hol doch die Wände mit. Es gibt aber kein Leben mehr, ne? Da hinten war noch Leben. Ich habe noch hinten Leben gesehen. Ja, lass mal da hin. Ich habe nämlich auch nur noch eine Spritze. Eins, eins Leben. Und du kannst da ein Gadget überhaupt filmen. Äh, 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 äh. Hier ist noch Leben. Hier auch, hier auch. Und dein Gadgets auch? Ja genau, Gadgets auch. Obwohl nicht mehr, oder? Hallo? Jetzt müssen wir sowas nochmal finden? Oh Gott. Hä? Jetzt komm schon, mach doch. Mein Gadget ist durch voll, ja. Ja, bei mir ist jetzt auch wieder alles voll. Äh, ähm. 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 Lassen wir die mal in Ruhe? Vielleicht ist es irgendwo oben. Weil wir müssen jetzt irgendwo was finden. Ja, da oben waren wir ja schon. Ja, vielleicht haben wir es übersehen. Auch da hinten. Auch da hinten ist alles normal. Oder außerhalb des Gebäudes. Auch bitte nicht. Ich glaube mal eher vielleicht weiter oben und dann da hinten. Aber wahrscheinlich gibt es nur das Gebäude hier. Vielleicht habe ich... Ne, das ist keine. Aber woher habt ihr denn diese Bomben bekommen? Die waren einfach so da. Äh, Mario. Mario verladen. Warte mal, ist das hier das? Ich dachte kurz auch, aber ich glaube es ist nicht hier. Äh, wie habt ihr die Anzeige denn bekommen? Es wird zuvor, also bevor du es hieß, wird es dir angezeigt. Okay. Hier sind auch nochmal Gadgets. Ja, wahrscheinlich ist er oben. Also geh ich jetzt mal nach. Boah, ja. Ich glaube, er ist auch im Gebäude drin. Weil... Ja, ein anderes Gebäude werden die wohl nicht eingebäudern. Ja. Aber Mario hat's ja. Okay. Äh, wir müssen kurz gucken. Wir müssen auch echt den Raum jetzt mal so angucken. Wir können echt strategisch hier... Recht platzieren? Nein, warte. Okay, dann bauen wir erstmal alles zu. Guck mal, diese Rücksal... Das würde ich hier jetzt zumachen. Ja, ich mach die Wand jetzt so zum Treppenhaus. Ja. Ah, die werden schnell die Wände aufbohrt. Ja. Jo. Ich hoffe, die können nicht durch verstärkte Wände durch. Das werden wir gleich sehen. Ähm... Ich kann die auf jeden Fall auch mit Gas umbringen. Das ist schon mal gut. Ähm... Hier können wir nichts weg machen. Ein paar Löcher kannst du auch zu machen. Nein! Tschüss Mario. Tschüss Mario. Tschüss Mario. Ach, hier unten geht's auch noch mal. Rüstung. Ja, jetzt gibt's überall. Oh Gott, sie kamen. Oh Gott, sie kamen. Ach! victorious! Sag ich nochmals aufbohrt! Ich sagte, skulle ich sterben! Ich sagte der! Ich sagte, stattazz... Ich sagte, chỾben! Ich sagte, stattbell! Ich sagte, Stürbin! Oh Gott! Ich halte die Seite frei, ich halte das Loch frei! Ja? Oh Gott! Aber ok! Ich hau die ganze Zeit runter, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße, ich bin gefangen, ich bin gefangen, Leute. Was mach ich, was mach ich, au. Was musstest du machen? Nee, ich bin von alleine weg gegangen. Du musst aufpassen, wenn die auftauchen. Alter, die sind richtig schlimm. Oh, hier ist vorne, wer ist schon bei mir? Ja, ja, die hauen. Oh Gott, die Sprenger kommen durch, die können nicht durchsprengen. Durch Termite kommen die durch die Sprenger. Die haben also jetzt gerade da ein Loch. Und die Munition, und die Munition. Also so Termite fahren sie weg. Und die müssen weg. Die müssen weg. Ach, dass ich vielleicht nicht aufzeigen habe, wenn dierare und jetzt nicht wegfällt. Nee, der tut mir du weg. Ja, die, die sind dann weg. Weg auf sie weg. Ne, der tut mir nicht. Ja, die sind dann weg. Ich bin nicht mehr auf. 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 Ich glaube ja. Sind wir durch? Ja, aber jetzt kommen die Bösen. Der große auch. Ich muss nachladen. Oh Gott, der Verkürnispunkt reicht. Okay Leute. Auffüllen, auffüllen, leben. Und dann gehts los. Ja, nur zu sicher. Volle Munition. Einer noch leben, Ash? Ich bin komplett überall auf. Freiheit. Nein, jetzt kommt bestimmt ein großer, großer fetter Boss. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube wir haben Incoming. Und dann müssen wir entkommen erst. Incoming! Incoming von hinten! Und von vorne, von überall! Aua! Was ist das hier? Versuch mal draufzuschießen. Ja, draufschießen. Achtung, da kommt so ein Bombardick. Wenn ihr in diesen Dorn seid, einfach draufschießen. Das machen die Kreaturen. Ja. Ah, ja. Was? Ja, ja. Spawn immer wieder. Tod ist Tod. Der Wurzler. Weiter. Okay. Weiter. Was? Okay, los, komm. Schnell schnell rein, rein, rein und dann schießen. Äh, ja. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir weitergehen? Warte, warte, nein, weg, weg. Ja, genau. Jäger! Jäger tut! Nein! Nein! Ähm, Doc, heil mal, du mal! Jäger! Das ist ein Blöckchen! Was? Ach so! Ich glaub das war ja das Ding jetzt. Wir müssen Jäger jetzt wahrscheinlich retten. Das ist Teil 2 wahrscheinlich. Ja, Map 2 jetzt. Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Cockpit. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach Ja oder Nein. Äh, ja. Ach so, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, dann ist halt wo das am Start. Zauern. Ja. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse! Dimm, 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 Dimm! Ähm. So, verleicht. Nein! Lass mich! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ah!